nicht mehr Recht herzlich willkommen zur 92. Folge von grand age medieval wir sind unterwegs mit den truppen Gehen alle da drauf ach so wir können hier mal weitermachen Müssen aber gucken, weil wir nur noch knapp 100.000 haben dass wir das mit dem finanziellen auch Hinkriegen. Wir haben letztement noch truppen Ausgehoben die da oben. Kam so gerade wo ich weg war hier ist neun jetzt mehr einer die Neuermann auch die Leiden los so der läuft da auch schön vorbei hier oben noch einen Warenhaufen wir reiten los ne Entschuldigung äh das war Obelisk ok da wollen wir nicht hin die gehen da hin und hier hatten wir noch welche die gehen da bitte auch hin und hier will ich hoffen dass gleich mal ein Bogner rauskommt weil ne das war ja gar nicht Sophia da ist Sophia da ist schon einer mit dem gehe ich mal hier rum weil hier irgendwo Warenhaufen sind die wir gerade besser mitnehmen hier sind eigentlich auch ganz viele oder so gut wie da da ist noch einer wird nicht lang dauern gut jetzt auf der Strecke noch Warenhaufen wird nicht lang dauern ne da ist ein Steinkreis so gut wie da ok dann bringt das hier jetzt auch nichts gerade dann da hin irgendwo wird angegriffen ist das hier nö so gut wie da das mal gerade gucken also unterwegs war das Banditen ok so gut wie da dein Kreis waren die hier dran oder wo Kiste oh schöne Kiste so gut wie da ok die freuen wir uns drüber über die Kiste ne so Barnabas hat die Überhand oh super ne wir reiten los und das dauert und dauert und dauert ne hier wieder 42 Einheiten kämpfen dagegen 104 also ganz toll ist das nicht ne wir reiten los wir reiten los ja hier sind noch welche das waren die Fußtruppen ne hier 217 202 Barnabas ich verstehe auch nicht dass da 188 Einzelnen kämpfen da kämpft einer einer nach der anderen und wir gehen schlapp und jetzt haben wir mal mehr so was die Verteidiger hier die machen auch nix ne kann das sein wir haben keine Einheiten mehr da oder was nein Moral ist top ne sehen wir gerade wieder tja ob es das alles so bringt was wir da gerade machen 55 ey hier Barnabas seine Truppen schlagen uns immer wieder der ist jetzt direkt dahin gelaufen ne hat aber nix gebracht hast gerade gesehen da war die große Truppe zu sehen ne aber so richtig angezeigt wurde dort auch nicht ne wird nicht lang dauern ja wird nicht lang dauern genau machen wir die belagern da weiter ja so jetzt aber gerade erstmal hier wieder rein 200.000 haben wir und los geht's warte mal wir gehen mal hier rechts rüber manchmal waren hier auch noch Haufen da haben wir die Wölfe erwischt war jetzt nicht so der prickelnde ne und da sehen wir jetzt mit unserem Händler auch gerade dass da nix ist brauchen wir also gar nicht gleich hinlaufen hier gewinnen wir gerade aus aus die kämpfen immer noch oder was kann nicht sein oder da meine Güte wir reiten los so gut wie da da war ein Pfeil und Boremann alles klar ist gebombt die sind schon wieder kaputt ne da sind Bogenschützen vom Barnabas toll da sind zwei Einheiten diesmal wird nicht lang dauern hm ist gebombt oh nein ihr schon wieder ja irgendwie können wir ja nix machen ne 5% Belagerung jetzt ist vielleicht keiner mehr da ne da kommen zum glück wieder welche 81 taler da nur noch also tausend los und den haben wir in die Flucht geschlagen auch interessant da gibt's keine jetzt gehen auch keine mehr ja ok jawoll vielleicht kriegen wir es ja mal hin die zu schlagen da oben ne aufsitzen aufsitzen geht nix mehr geht nix mehr Geld fehlt jetzt gehen die anderen alle ne das dauert und dauert und dauert kann man das irgendwie schneller machen kann man das irgendwie schneller machen das ist die Frage haben wir hier eine Entwicklung die uns da weiter bringt militärmäßig wir haben drei Punkte sogar ne Langbogen schützen Armbruch schützen Reiterkrieger da na die brauchen wir da nicht haben wir hier irgendwie so ein auch keine Stadt da bisans und kiew angeworben werden kiew ist da oben das weiß ich aber bisans habe ich auch nicht ne Werft Spießgesellen hm was haben wir hier noch Berserker nur in Skandinavien halt mal wer ist das jetzt der Pflegekämpfer Schwertkämpfer da haben wir uns für den Weg entschieden oder was ist gesperrt ja den machen wir und den machen wir auch und jetzt können wir den noch machen ne Italien und Spanien haben wir keinen also brauchen wir das nicht ach so jetzt geht der auch na dann haben wir das auch erledigt oder auf auf 54 super so jetzt müsste man gucken ob man schlagkräftige Truppen irgendwo ne nicht und da sondern hier bauen kann so durchblättern mal den das ist der Schwertkämpfer kann ich grad nicht ausbilden Axtkämpfer hatten wir schon Bogenschütze das sind die Spießgesellen das ist die Kavallerie Bonus gegen Fernkampf Trefferpunkte 30 Kampfstärke 225 kostet verdammt viel Geld und wir haben grad Minus hier wurde grad gekämpft oder na die bauen grad alle Moral ab wie man sieht die blinken schon so komisch mit uns nicht uns reicht's ja da hauen sie jetzt ab alles klar uns reicht's Moral ist gefallen alles klar so das bedeutet jetzt dass wir dann schauen müssen dass wir erst ans Geld kommen weil das andere funktioniert irgendwie grad nicht so doll ne ich glaube aber wann das jetzt hier ja ich glaube aber dass Odessa jetzt zum Beispiel in sich nicht generiert regeneriert oder wer ist es Krasimir Karevelov weil das ist unser Händler den wir eigentlich immer durch die Gegend schicken kann er sein der hat auch keine Route ne gut schicken wir den nochmal nach Ankara oder? müssen jetzt auf jeden Fall erstmal Geld machen das hat anders keinen Sinn so ja das macht ja Sinn rot rot kann man auch verkaufen das haben wir teuer gekauft ne äh Honig 80 ist niedrig was haben wir denn noch hier so auf dem Wagen 418 dann haben wir zwei hier weg Roller ist hier noch günstiger das lohnt alle nicht gut so gucken was wir zukaufen können wenn überhaupt dann nehmen wir noch zwölfe mit 120 beim Bein da geht der hoch dann lassen wir das jetzt müssen wir erst Handelstrip machen ne da hat anders wieder keinen Sinn das gerade wieder Minos Brot haben sie ja ne hier könnte ich kaufen der Honig hat den gleichen Preis hier geht was runter hier auch zwei hier geht ein bisserl auch sage und schreibe zwei oder was 3 das ist ein besserer Preis hier so läuft's ne können wir was mitnehmen nicht wirklich lohnt sich hier nicht mit dann mal nach Bursa wir haben 14.000 Mieser das ist schlecht doch hier geht vielleicht der eine oder andere 16 da können wir noch zukaufen so die beiden weg oh Honig hier ich jetzt beinahe der Wein da geht auch was 35 jetzt mal ein bisschen plus Honig können wir noch zukaufen jetzt so jetzt geht nichts mehr schon unterwegs reise weiter fortsetzen ich frage ob es hier was gibt da kommen Einheiten noch rein ne so 226 immer teuer gekauft das Bier oder wie sehe ich das ach so wir haben das einfach eingekauft weil wir da den Wert haben wollten ne so sieht das aus weg damit so Bärenfälle sind rein theoretisch günstig aber zwei gibt es da nur von ja nur nicht 274 haben wir jetzt gekauft hier wird noch was gehen ja gut da kommen wir die 30 noch dazu ne den beiden kriegen wir ja auch noch billig ein bisschen Wolle kann man verkaufen ja noch siebenmal weinen dabei schon unterwegs ja die sind moralmäßig nicht unterwegs oder doch oh vielleicht sogar da oben hin wow so das lohnt alle nicht da sechs Einheiten weg und hier geht ein bisschen was mehr 55 Einheiten was können wir hier günstig kaufen Getreide das geht hier auch noch oh nicht mit Freude dahin lass mal gerade hier die Truppen noch holen wird nicht lang dauern wird nicht lang dauern wird nicht lang dauern genau die drei Fälle weg hier geht was da geht was da geht was da geht was da geht auch was ein paar Taler gekriegt ne sind so nix ok mitnehmen können wir hier nichts das Spiel wird gespeichert gut ok so unser Händler ist unterwegs aber ich würde sagen hier machen wir erstmal einen Stopp ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid und bis dann tschüss